So, als guter in Deutschland, jetzt kommen wir hier zurück zu Crisis 2. Ich hoffe mal nicht, dass ich immer noch auf dem Klo ist. Ansonsten hat er ziemlich viel verpasst, würde ich sagen. Also wenn jemand beim Kacken eingeschlafen ist, dann würde ich sagen, da geht es jetzt recht lang. Wenn mich mein Schein nicht trügt, nö, tja, da hat er mich wieder auch nicht getrügt, ne? Hm, witzig. Witzig, witzig, witzig. Was? Oh, das gefällt mir einfach sowas von gar nicht. Äh, ja. Hä? Oh, wow, nein. Das ist mir zu dunkel. Das ist mir zu dunkel. Lieber da hoch. Oh, oh. Profit? Ja. Ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, aber das Anzugssignal dreht völlig durch. Ja, ich hab... Chaotische Werte. Ha. Woher das kommt? Ich habe hier Interviewe über alle Laborsysteme und einige biotechnische Patentunterlagen. Ja. Alle mit Hargreaves Namen. Hargreaves? Er hat anscheinend in die tieferen Schichten des Anzugs eine Art Notfallroutine eingebaut. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Werde ich denn so zum Überhalk? Nehmen Sie den FDR und kommen Sie rauf ins Labor. Okay. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch bleiben kann. Beeilen Sie sich, Mann. Den FDR in Highway? Beeilen Sie sich, Mann. Ey. Ey, ja, Mann. Ist okay. Let's roll. Also, vorerst jetzt ist es lädt. Aha. Wegen seines begrenzten Energiefrotts ist der Name zu der besten für Überraschungsangriffe geeignet. Richtig, richtig. Ganz genau. Vorzeitig an- und ausschalten. Also, ja. Jetzt dreht es Sie schon. Verkehrschaos. Franklin D. Roosevelt Drive. East River, New York. Lock 13 Sekunden. Du musst anziehen, nur 22. Was bedeutet das denn? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wahrscheinlich auch gar nicht. Ich wissen. Zell hat überall entlang des FDR Freeway Kontrollpunkte eingerichtet. Aha. Ich höre Ihren Funk ab. Und anscheinend leitet Lockhart die Operation unten persönlich. Er muss in der Nähe sein, Prophet. Halten Sie den Ball flach. Aha. Ist es böser oder guter? Ja. Aha. Weh, 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 weh. Ah, okay. Ja, nee, ist klar. Aha. Jetzt? Warum Haar? Ja, schön. Und? Eich. Oh. Wow. Ich muss da nicht mal dagegen treten. Ich muss nur dagegen laufen. Das ist halt einfach echt arm und mies und kacke. Ganz ehrlich. Oh. Ja, gut. Ist okay. Was war da jetzt? Ah, ich will es gar nicht wissen. Komm, geben einfach. Geh mal einfach. Police Line, do not cross stand. Das ist sowieso nichts. Also gehe ich einfach mal. Was auch immer das war. Ich habe nur einen Schatten gesehen. Aber. Was? Oh. Äh. Oh. Tja, weil die auf mich geschossen haben. Aha. Ja. Ach. Ah, ja. Und Cell. Nochmal Bedrock Block. Für die Leute, die es nicht wissen. Ist eine Privatarmee. Da wieder schon wieder zu wenig viel Geld. Aha. Cool. Ziemlich krass. Witzig und so. Aha. Oi. Was denn? Beobachten. Stealth. Bemannen. Kanten angreifen. Ich will Stealth. Äh. Echt. Lockhart anscheinend. Okay. Ja. Aber das. Wo ist denn meine Waffe überhaupt? Sicher. Keinem Sie. Wo ist denn die gerade mit der Waffe? Ach du. Witzbold. Das ist ja lustig. Das sind ja lustige Leute. Aber witzigerweise habe ich schon wieder nicht Stealth geschafft. Ich registriere hier jede Menge Cell-Aktivität. Wenn Sie das Labor finden, haben wir beide verloren. Ja. Hä. Eigentlich habe ich jetzt gedacht, dass er nach vorne fliegt. Aber er hat es nicht gemacht. Witzigerweise. Aber okay. So. Ich würde gern Stealth. Darf ich Stealth? Würde gern Stealth. Ja. Aufladen. Und weiter geht's. Ah. Dieses ist Stealth. Okay. Cool. Ach Stealth ist einfach cool. Oh shit. Oh. Ich sehe die Feinde hier auf dem Radar. Wallhack. 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 Wo ist denn der Wallhacker? Ach. Kann er sich jetzt auch noch durch Wände glitschen? Ja. 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 Das ist ja ein Witzbult. Haha. Der war gut. Der war sehr gut. Der war ziemlich cool. Nicht schlecht. Oh oh. Stealth. Shit. Nope. Ah. Das war doof. Ah. Das war doof. Yep. Doof. Ey. Das sind alles so Wallhacker. Das sind ja alles so Wallhacker. Oh. Wir hatten hier das fette Geschütz. Äh. Hallo. Sowas wie Tarnfeld aktiviert. Gibt's wohl nicht. Tarnfeld aktiviert. Krasses Ding ey. Tarnfeld aktiviert. Nö. Heute nicht. Nö. Heute nicht. Okay. Hab verstanden. Nö. Ich bin nicht so auf töten aus. Nicht in Crisis 2. Ich frustre mich da nur so. Ich meine früher oder später sterben wir alle. um daher. Oh. Da hab ich mit dem Polizeiwagen gefahren. Wow. Hä? Ich hab nix gemacht. Oh. Das hört sich sowas von überhaupt nicht gut an. Oh. Hi. Geil. Nö. Nö. Oh ja. Coole Sache. Und. Und. tot. Ja okay. Gut. Jetzt sind's alle. Aber mit dem können wir fahren, oder? Also. Denk ich zumindest. Ah okay. Gut. Ist wurscht. Ist wurscht. Wurden geht's? Zur FDR Drive North. Haber Light. Hier. Oh nein. Oh nein. Okay. Da ist ein Auto. Ich mag's runterstoßen. Äh. Nihihihihihi. Okay. Gut. Was? Hab ich nicht gehört. Oh ja. 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 Sowas von sterben oder so. Nö. Oh wow. Das ist schon wieder. Ja. Ja. Ist das endlich mal ein Toter? Na endlich. Herr Gott nochmal. Und was ist jetzt da einer für ein Fetter am Geschütz? Tot? 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 Ja. Ja. Gut. Boah. Ach nee. Komm. Jetzt seien die sich noch einen ab hier. Hat grad der Trailer gewackelt? Hat der grad gewackelt? Das ist ja lustig. Okay. Dann lassen wir mal unseren Anzug voll puffen. Puffen ist das bestes Wort. Wirklich. Bestes Wort. Boah. 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 Was ist das? Oh nein. Soll ich jetzt irgendwie da drüber laufen? Wow. Oh. Epic. Alter. Klaus. Stink. Yeah. Dieses Spiel ist so genial in Szene gesetzt. Perfekt. Das war ja ein geiles Zeug. Das war ja ein geiles Zeug, ey. Hast du das gesehen, Auto? Ey, ich sag's euch. Und jetzt so Staub, ey. Ey, ey, ey. Er geht in eingestillte Freeway-Render. Verstand. Oh shit. Oh shit. Oh wow. Das ist in der Tat. Antworten Sie. Ne. Der ist tot. Das ist ja interessant. Das ist ja ein interessanter Käse. Ja, liebe Leute. Ey, das war ja krass gerade. Das ist ja krass gut. Das ist... Ne. Oh oh. Oh oh. Profit, halten Sie noch los. Vor Ihnen befindet sich ein Zellkontrollpunkt. Da müssen Sie irgendwie durch. Okay. Was, was, was? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was ist das für einer? Oh oh. Oh oh. Passt. Yo, Mann am Boden. Auf jeden Fall. Kann ich bestätigen. Oh oh. Okay. Pam, 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 pam. Liebe Leute. Ich sag's euch. Das ist in Zähne gesetzt. Das ist unglaublich. Nein. Immer noch keine Granate. Aber danke. Aber danke. Mercedes-Benz. Nö. Ein Crytek. Wow, ein Crytek-Auto. Cool. Ich wusste gar nicht, dass Crytek-Autos macht. Ich sag's euch. Einfach geil in Zähne gesetzt. Shit. Oh. Welche? Stealth. Vermeiden. Stealth. Beobachten. Granate. Stealth. Ich bin einfach jeder Stealfer. Ich hab keinen Bock auf... 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 Auf Stress. Oh. Nein. Oh. Oh. Moment mal. Ach. Granaten. Was soll ich denn mit Granaten? Weißt du? Granaten. Kontakt. Hä? Imok Stealth. Imok Stealth. Bitte. Ah ja. Perfekt. Ja. Perfekt. Ja. Perfekt. Kanalisation. Hip hip. Hurra. Oh. Unter Wasser. Ober. Nein. Unter. Andersrum. Was? Was? Haben die... Bringt ihr euch selber um? Bringen die sich selber um? Ernsthaft? Ernsthaft? Witzig. Okay. Cool. Musst du gar nicht, dass sie sich selber umbringen? Okay. Geniales Spiel. Also Crysis 2. Respekt ey. Respekt. Gut in Szene gesetzt. Echt gut in Szene gesetzt. Was? Wo? Wo? Hä? Oh. Da. Witzig. Wo denn? Ich seh dich. Hey. Ich wollt doch Stealth machen. Nein. Was zum Teufel? Bewegt er sich doch? Okay. Okay. Keiner sieht mich. Öh. Ich bin echt geneigt, dazu eine Granate hinterzuschmeißen. Wollte ich schon sagen. Wollte ich schon sagen. Was? Wo? Wo war da einer? Ach, da oben. Halt die Klappe. Ja, 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 ja. Muss ich da durchschießen, ne? Ja, 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 ja. Verstärkung ist unterwegs. Bestimmt doch, ist doch irgendwas hier drin, oder? Ach, da hier drin muss was sein. Bestimmt. Ja, Muni halt. Shit. Super. Hätt ich mir auch sparen können. Das hätt ich mir auch sparen können. Oh, 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 nein, 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 nein. Ah, 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 ah. Okay. Bist du was? Wir machen die ganze Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier hat mir das gefallen. Wirklich freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Chrysle 2 mit mir dabei seid. Meine Damen und Herren, danke für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi.